Gazprom bezahlt der Ukraine vollumfänglich für Transitleistungen. Das Gastransitnetz der Ukraine wurde durch Gazprom im Jahre 2021 intensiver genutzt als vertraglich vereinbart. Gazprom kommentierte, dass man für die zusätzliche Nutzung auch zusätzlich bezahlen werde. Gazprom hat im Jahre 2021 mehr Gas durch die Transitleitungen der Ukraine Richtung Westen geschickt als vertraglich vereinbart. Darüber informierte der Chef von Gazprom, Alexey Miller. Somit ist Gazprom auch verpflichtet, zusätzliche Gelder zu bezahlen, was man auch tun werde, so Miller. Der Vertrag sah die Lieferung von 40 Milliarden Kubikmeter Gas vor. Gegenwärtig werden täglich 109 Millionen Kubikmeter Richtung Westen geliefert, sodass man von einer Gesamtmenge von 42 Milliarden Kubikmeter Gas für das laufende Jahr ausgehen kann. Gazprom bezahlt die Dienstleistungen der Ukraine per Vorauskasse. Seit 9. November pumpt Gazprom zusätzliche Mengen in großem Umfang in seine eigenen Gaslagerstätten in Westeuropa, vorrangig in Österreich und Deutschland. Trotz dieser Lieferungen lehren sich die Gasspeicher in Europa weiter. Rein technisch ist es nicht möglich, diesen negativen Prozess aufzuhalten, da die vorhandenen Leitungssysteme nur eine begrenzte Transportkapazität haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.